Was ist das denn? Das wird wohl der Platzwart sein. Er ist nicht vorschriftsmäßig gekleidet. Hallo, Sie da! Was wollen Sie hier? Ich will nur durch! Hat mich nicht erlaubt. Warten Sie, bis ich durch bin. Gehen Sie runter von meinem Grön. Hast du nicht verstanden? Er will nicht durchspielen. Er will durchlaufen. Ist wahrscheinlich nicht mein Mitglied. Sieh doch, was er anhat. Runter von meiner Golfbahn. Bin ich doch. Ist er doch. Gehen Sie zurück, wo Sie hergekommen sind. Frank, mir gefällt nicht, wie er aussieht. Lass ihn zufrieden, ja? Wozu zahle ich meinen Schatzmitgliedsbeitrag? Das ist meine Bahn. Wenn ich hier spielen will, dann spiele ich hier. Verstanden? Wenn er meine Zeitliste an den Kopf kriegt, dann ist er selber schuld. Schrei mich nicht an, ich spiele doch nur mit dir. Da ist er bei, meine Güte. Du schlagst schon! Feuer! Feuer! Von mir aus! Warten Sie nicht doch! Was sollte das eben werden? Wollten Sie mich mit einem Golffall umbringen? Schon schlimm genug, dass Sie dieses sauberhafte Gelände mit einem Zaun umgeben! Damit Sie spielen können, wollen Sie mich umbringen! Sie haben das missverstanden! Hier müssten Kinder spielen können! Hier müssten Familien-Picknick machen können! Hier müsste sowas geben wie ein Streichelzoo! Wie am besten fahren, hier alte, faule Männer mit diesen beschissenen Karren herum? Frank, was ist denn los? Geht's dir nicht gut? Sag doch was! Wissen Sie eigentlich, dass Sie sich schämen müssten? Oh mein Gott, ich wollte Hilfe holen! Ihr Herz? Hilfe! Ist was mit Ihrem Herzen? Was kann ich für Sie tun? Pillen! Pillen! Ich brauche meine Pillen! Herzpillen? Wo haben Sie Ihre Pillen? Die Pillen! Da! Da! Im Kälte! Die Pillen! Die Pillen! Ich bin nur dran! Da kann ein Herzen fallen! Pech gehabt! Scheint nicht Ihr Tag zu sein! Ihre kleine Karre wird untergehen! Tut es Ihnen leid, dass Sie mich nicht über Ihren Golfplatz lassen wollten? Mein Golfplatz halten Sie! Ja! Und nun werden Sie sterben! Auf dem Kopf ein lächerliches Hühnchen! Schönes Gefühl, nicht?